Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf dem Markiz 2.0 Kanal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben wir hier was ganz, ganz Geiles, was wir uns anschauen werden. Und zwar die glücklichsten Momente in Fortnite Battle Royale. Es wird komplett geistesgestört, wenn die Leute überleben, wie die Leute Kills machen. Ihr werdet sowas noch nie gesehen haben. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen noch um da. Und ganz wichtig, falls ihr neu auf diesem Kanal sein solltet, lasst noch ein kostenloses Abo da. Es gibt jeden Tag umsonst ein neues Video. Einfach unter mir, wenn ihr das Abonnieren noch rot leuchtet, einmal draufklicken. Schon habt ihr abonniert. Absolut die Legenden. Und ihr habt alles im Leben richtig gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Wir fahren direkt an. Ja, was? Okay, da ist einfach der andere Sinn. Okay, das kann ich machen. Das war real. Ladies and Gentlemen, das war gerade real. Hey, ist das wieder der gleiche Spieler? Ich habe keine Ahnung, ob es der gleiche Spieler war. Aber okay, wir gucken weiter. Sniper-Schuss. Oh mein Gott, im Flug ist der reingeflogen. Bro, das war es ja mal komplett. Das war es ja komplett. Wir schauen weiter. So, er schießt den... Nein. Was ist das heute, was wir da sehen? Yo. Er macht einen No-Scope. Er hittet. Natürlich hittet er. Natürlich. Er sagt sogar noch, ich werde eh keinen hittet. Er hittet auch noch einen, Alter. Bro, das kann... Bro, das kann einfach nicht real sein. Das kann nicht real sein. Wir sind, wie gesagt, bei den Top 100 luckiest Moments. Also bei den glücklichsten Moments in ganz Fortnite. So, der fliegt jetzt gerade runter. Und was? Was ist das hier? Hä? Das war der RPG... Oh Gott, jetzt habe ich auch so in irgendeine Tasse gebracht. Das war der RPG, den er selber geschossen hat, irgendwie. Bro, ich check vorher nix, Alter. Ich check vorher nix mehr. Ich check vorher nix mehr. Nein. Wenn die jetzt sterben, dann bin ich raus. Ich bin offiziell raus. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich bin raus. Kostenlose Abonnier nicht vergessen. Daumen hoch da lassen. Nö, kann ich mich weiter anschauen. Alter, hattet ihr jemals in eurem Leben auch schon mal so Glück, dass ihr sowas Gestörtes gemacht habt? Alter, stimmt mal ab. Ja oder nein? Hier oben einmal draufklicken. Ich selber hatte noch nie so Glück. Ich bin immer die Person, die zum Beispiel von dem Auto getroffen wird. Gestört. Ja, er noscopt einen einfach im Busch. Der Benny Boy. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Gegenlaufen hier. Kanone. Hä? Ich habe... Hä? Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. So, Pumple Granate kommt rein. Hä? Nein, das war... Ach so, das war... Oh, okay. Dann hat er uns... Ey, das geht mir alles zu schnell. Das war eine Impulsi. So, wir haben echt die guten alten Fahrzeuge. Er hat ihn wieder gehittet mit dem Fahrzeug. Er hat ihn wieder gehittet gehabt mit dem Fahrzeug. Ich glaube auch. Ja, Bro, ne, was geht hier ab, Mann? Meine Damen und Herren, ich sehe gerade hier einen Supporter Creator Code. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Werbung an dieser Stelle, dann gebt meinen Supporter Creator Code ein. Der Creator Code heißt bei Damen und Herren. Wenn ihr gerade in Fortnite seid oder wie auch immer es saut, 5 Sekunden. Da mag ihn heißen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn eingibt. Kuss geht draußen. Jeden, das macht. Du bist eine absolute Legende. Du wirst niemals Corona bekommen. Ihr wisst doch, mein Creator Code ist die Heilung dagegen. Keine Garantie dafür. So, danke schön, Alter. Kuss an jeden, das macht. Alter, das ist unmöglich, was das für Clips sind, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Er macht einen Double-Kill mit einem Shotgun-Schuss. Als nächstes haben wir jetzt... Der Raketenwerfer ist durch seinen Arm durchgeflogen. Crazy. So, wir haben einen Bogen. Der schießt irgendwo hin. Und killt jemanden. Ich glaube auch. Ich glaube auch, genau. Kanonenkugel kommt. Und er schießt. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Kanonenkugel kommt. Oh mein Gott. Nie im Leben. Das kann nicht sein. So, wir haben jetzt hier einen Spieler. Der Konga-Tanz macht. Jetzt gucken wir mal. Was macht er? Was macht er? Was passiert? Er wird safe gesniped. Er wird gesniped. Pass auf. Er wird so gesniped. Er sagt nein. Nicht machen. Okay. Es war so klar. Ich wusste es, dass er gesniped wird. Ich wusste es weiter. Der Arm ist immer freaky. So. Das war sogar ein deutscher Flip gerade. Wir schauen weiter. Wir schauen weiter. Ey, das ist so unfassbar lucky, was das für Dinger sind. Wir schauen weiter. So, 360. Oh, ne No-Scope, Bruder. Ich wünschte, ich wäre so gut. Ich wünschte, ich wäre so gut. Pumple-Granate kommt reingeflogen. Und er hat jemanden tatsächlich gehittet im Haus. Das ist Wahnsinn. So, wir sind jetzt bei dem Auto. Er steigt ins Auto ein. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Gegner kommt. Typ sitzt im Auto. Und weil er den Sitz, weil er den Sitz gechallengt hat, wurde er nicht vom Sniper-Schuss getroffen. Kanonenkugel. Ey, ohne Witz, Leute. Das ist jetzt mein Lieblingsvideo seit langer Zeit. Es ist so geil anzugucken. So, Kanonenkugel. Er hat ihn irgendwie gekillt. Keine Ahnung, das habe ich nicht so ganz gecheckt. So, ey, dieser Granaten-Launcher, wo du einfach random in die Luft schießt und da ist einer geflogen. Da ist einer geflogen. Wahrscheinlichkeit null. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. No-Scope-Random. Es geht mir alles zu schnell. Es ist zu Wahnsinn. Es ist zu Wahnsinn. Diese Clips, die hier gehittet werden. Da fliegt einer wieder mit dem Tramp rein. Das kann es nicht sein. Wie geht denn das alles? Er wirft eine Granate rein und er wird ihn hitten. Er hat ihn gehittet. Einfach im Wirbelsturm, Udi. So, Sniper-Schuss und er hittet ihn. Wunderschöner Kill. Wunderschöner Kill. Granaten, der verklippt, kommt rein. Und die werden so reinfliegen. Der wird so reinfliegen. Oh nein, er ist genau eingeflogen. Ey, das alte Fortnite, ich vermisse das schon, ne? Ich muss ehrlich sagen, so Fortnite, Fortnite 1 war schon echt eine Nummer für sich. Das war, ich vermisse es irgendwie. Selbst am Schluss, wo es übel, toxik und verschwitzt war, selbst das vermisse ich ein bisschen. Keine Ahnung, es hat schon was gehabt, Leute, oder? Stimmt mir, stimmt mir zu, schreibt es mal in die Kommentare. Es hat schon was gehabt, Alter. Es war schon, es hat schon was gehabt. No-Scope mit Zipline. Sexy gemacht. Tilted Towers, Baby. Oh, ich vermisse die Stadt. Tilted, der Spot der 20 Bombs, ne? Oh, wunderschön. Gut, wir gehen jetzt hier. Also er wirft auf dem Berg eine Impulse hoch und wird einen runterhitten, bin ich mir ziemlich sicher. Und da kommt einer. Und er war auch den letzten Kill, sogar so einen neuen Kill. Alter, ich hab nicht schlecht. So, Heidi, Heidi. Was macht Heidi? Boah, das war echt glücklich. Er hat hier direkt den Heidi explodiert. So, Typ sitzt im Baum. Wir sind gespannt. Was passiert jetzt? Er hat die Fint noch, oder? Oh, der? Hä? Oh mein, no. No way, bro. Aufs Tramp hat er sich geschehen. Ey, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich Alter, 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 alter Ich weiß gar nicht mehr, was abgeht So, das wird ein geisteskranker Trickshot anscheinend Er hat gehittet Wie? Einfach nur wie? Einfach nur wie? So, die gute alte Disco Wirft eine Granate rein Hat ihn gehittet GG's Alter, schöner Clip Jetzt nicht zu krass gewesen Impulsgranate gegen NoSkin Er hat sich selber gehittet Ich glaub auch Ich glaub auch Ich glaub auch, dass er Also, das ist gestört Was das für Clips sind, Leute Das ist gestört Wir schauen weiter Er landet da Und ein Gegner saß einfach neben ihm So, jetzt haben wir Blindknock-Pistole Er schießt Hat sich selber abgeschossen Nein Und hat den Alter, er hat genau nochmal nachladen können Lucky, lucky, Bro Winni-Gun jetzt am Start Über Ey, warte Die Die Rakete ist Oh, die Rakete ist einfach durchgeflogen Wo er ihn schiert hat Wie Gott No Hey, Bro Wahnsinn Weiter geht's Flugbahn Er wird wieder irgendwo landen Hä? Er ist in den Wirbelsturm rein Oh mein Gott Ich check die Clips nicht, ne? So, Kanonenkugel fliegt Er hat irgendwen getroffen Keine Ahnung wie Dragon Hunter ist jetzt da oben am Start Die Karte liegt da Müsste ein ziemlich neuer Clip noch sein Er lässt die Hä? Hab ich nicht ganz gecheckt Er hat die Granaten abbouncen lassen Und dann irgendwie welche gekillt Er hat direkt einen Trample-Placen können Auch sehr schön Hier haben wir jemanden im Reboot-Van-Modus Alter, der einfach da sitzt Oh nein Oh 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 Er hat ihn noch gekillt Aber das war ja kein Glück Oder das war ja eher Pech für den Gegner So Das war ja einfach nur Verstecken spielen Oh mein Gott Das ist das Glück, wovon ich rede Oh Und das ist einfach nur Skill Das war einfach nur Skill Gutes altes Fertzeug, wollte ich sagen Gutes altes Fahrzeug fliegt durch die Luft Geht nach oben Geht nach oben Er wird wieder safe jemanden hinten mit dem Fahrzeug Passt auf Ich bin mir sicher Er wird mir jemanden hinten Er wird safe den Typen hinten Nein 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 Wie macht er das? Ich habe viele Fortnite Clips gesehen Ich habe viele Fortnite Clips selber erlebt Aber sowas habe ich noch nie Noch nie Ich mache ansatzweise meinen Träumen gehabt Sniper Schuss kommt rein Schöner Quickscope Oh der hat den dahinter gekillt Eieiei Macarena Macarena Zwei Juck Jucks in einer Kiste habe ich auch noch nicht miterlebt Also die Juck Jucks waren auch sexy ass Naja Ich will es nicht aussprechen Werbe Monetarisierung Alles gut Grönes Video Granatenschuss kommt rein Abgebounced Auch noch ein Hit gemacht Alter Wahnsinns gestört Meine Damen und Herren Wahnsinns gestört Sniper Ja wobei Bis wieder der Granatenwerfer Er wird hinten Schön gehittet Schön Flugbahn kalkuliert Weil es nicht so viel Glück Und jetzt Alle im Eis Modus Genau im letzten Moment Er hat sich Die haben sich alle Oh mein Gott Die haben sich alle drei gleichzeitig gekillt Der RPG hat den Oh mein Gott Der RPG hat den einfach gekillt Dann am Schluss Wie viel Glück kann man haben Wie viel Glück Wie viel Glück kann man haben Ladies und Gentlemen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach unten Da kostenlos abonniere Vergesst nicht mehr zu sagen An der Stelle hören wir auf Ganz wichtig Wenn ihr auch Glück haben wollt In Fortnite Und solche Clips erspielen wollt Geht in den Fortnite Shop Und gebt meinen Creator Code Ein kurz Werbung hier Dankeschön an jeden Das macht Kurz geht raus hier Fortnite Creator Code Da mag hey So lautet er Einfach das eingeben Jeder das macht Du wirst genau solche Clips erspielen Dankeschön Bis morgen